Herzlich Willkommen bei der Vertec Akademie. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen einige Tipps und Tricks zeigen, was die Bedienung von Vertec betrifft und wie Sie mithilfe der Knowledge Base Vertec um einige Funktionalitäten und Automatismen relativ einfach erweitern können. Schauen wir uns zunächst mal die Bedienung von Vertec an. Mit Tastaturkürzeln können Sie zum Beispiel in Vertec sehr einfach arbeiten. Bevor wir aber darauf näher eingehen, zeige ich Ihnen grundsätzlich ein paar Mechanismen. Sie sehen jetzt hier in den betreuten Adressen kann ich zum Beispiel mit einem Doppelklick auf diesen grauen Bereich in der Desktop App und in der Cloud App hier einen neuen Tab öffnen und zwar die Firma Blau AG mit all ihren Stammdaten. Ich schließe das nochmal, halte ich jetzt zum Beispiel Shift gedrückt und mache einen Doppelklick auf die Blau AG, öffnet diese sich in einem neuen Fenster. Auch das schließe ich mal wieder. Was Sie auch machen können, ist Sie können zum Beispiel mit Ctrl oder Steuerung T einen neuen Tab öffnen oder Sie können zum Beispiel auch den aktuellen Tab mit Ctrl W oder Ctrl F4 wieder schließen. Und genauso, wenn Sie jetzt mehrere Tabs aufhaben, ich öffne mal hier zwei Tabs und gehe hier vielleicht nochmal auf meine eigenen Projekte, können Sie natürlich, indem Sie den Mauszeiger drücken und die Maus gedrückt halten, hier die Tabs auch verschieben und können zum Beispiel mit Ctrl Tab oder auch mit Ctrl Shift Tab zwischen den einzelnen Tabs hin und her springen und Sie können zum Beispiel auch mit Ctrl 9 den letzten Tab auswählen. Dann können Sie auch die Funktionstasten nutzen, zum Beispiel F4 springt hier oben in den Breadcrumb Pfad. Hier können Sie sehen, wo Sie sich befinden und zwar zum einen sehen Sie hier auflösbar das Objekt, also Christoph Keller und die Leistungen. Das ist genau dieses Feld, auf dem wir hier stehen und zum anderen sehen Sie auch die dazugehörigen Vertec IDs. Wenn Sie sich dann zum Beispiel an einem gewissen Ort in Vertec befinden, nehmen wir hier mal als Beispiel das Projekt ComInstall, klicken das auf und gehen hier auf die offenen Leistungen und möchten diesen Ort mit einem Kollegen oder einer Kollegin teilen, dann können Sie hier oben in diesen Pfad klicken und können diesen Pfad entweder kopieren oder zum Beispiel auch direkt in einer E-Mail hinzufügen und können diesen Pfad dann an jemanden schicken. Ich zeige das hier mal beispielsweise, indem ich hier auf das E-Mail Symbol klicke und Sie sehen, ich kann hier direkt über die URL, entweder über die Cloud App oder auch direkt über die Web App genau auf dieses Objekt zugreifen. Das heißt, ich klicke jetzt wieder hier auf und zack, es geht ein neuer Tab auf und ich bin genau an dem identischen Ort. Ich mache das mal wieder kleiner. Es würde jetzt ein bisschen weit führen, hier auf alle Tastaturkürzel einzugehen. Suchen Sie mal in der Knowledge Base nach Shortcuts oder Tastaturkürzeln. Da sehen Sie zum Beispiel auch, dass wenn ich hier in der Leistungserfassung ein Projekt auswähle und eine Phase auswähle, immer wenn ich die Leertaste drücke, öffnet sich hier das entsprechende Menü oder ich tippe einfach los, dann springt jeweils Vertex zu dem ersten gültigen Eintrag, in dem Fall der mit B beginnt. Wenn ich jetzt hier einen längeren Leistungstext erfassen möchte, kann ich auch die Taste F2 drücken und bekomme hier ein Zoom-Fenster, in dem ich nun hier sehr viel Text ergänzen kann. Dupke wieder F2, drücke Tab und trage hier eine Leistung ein. So, wir schließen hier mal wieder einige Tabs. Als zweites würde ich Ihnen gerne die Suche zeigen. Da können Sie hier draufklicken und Sie können nun hier nach gewissen Informationen suchen, wie zum Beispiel der Blau AG. Ich gebe hier Blau ein und bekomme sofort die Firma, die dazugehörigen Kontakte und auch das entsprechend verknüpfte Projekt oder ein Projekt, welches den Namen Blau beinhaltet, hier als Trefferliste angezeigt. Diese Suche lässt sich auch erweitern, zum Beispiel um Projektphasen oder auch um Aktivitäten. Wenn Sie das tun wollen, gehen Sie wieder auf unsere Knowledge Base. Dort finden Sie die Vertex-Suche. Hier finden Sie genau das, was ich eben beschrieben habe und finden hier den Aufbau der Suchabfrage. Und so können Sie zum Beispiel auch hier den Code rauskopieren, um die Suche um Aktivitäten zu erweitern. Ich zeige Ihnen das einmal. Ich kopiere das, gehe wieder ins Vertex, gehe zurück zu unserem Suchordner. Den finde ich unter öffentliche Ordner Vertex-Suche. Rechtsklick Eigenschaften. Und bei der Abfrage der Vertex-Suche kopiere ich nun den entsprechenden Text hier rein, sage OK, schließe die Abfrage. Wir gehen mal wieder zurück zur Suche. Ich suche erneut nach Blau AG und siehe da, dort finde ich nun auch eine entsprechende Aktivität, die bei der Blau AG hinterlegt wurde. Schauen wir uns nun nochmal etwas genauer unsere Knowledge Base an und welche Möglichkeit wir hier finden, um zum Beispiel Wertek, um Funktionalitäten oder auch Automatismen zu erweitern. Gehen wir mal hier in unseren Browser und hier in der Knowledge Base können wir zum Beispiel mal suchen nach Plugins. Plugins in Vertex sind Erweiterungen von Funktionalitäten, die wir in Vertex nutzen können, wie zum Beispiel für Deutschland das Reisekosten-Plugin. Hier bekommen Sie im Detail erklärt, wie man dieses Plugin downloadet, hier über diese XML-Download-Option und wie man das Plugin auch in Vertex installiert, sowie eine Beschreibung über die Anforderungen, die Grundeinstellungen und wie dieses Plugin zu bedienen ist. Aktuell gibt es hier 23 weitere Plugins. Nehmen wir nochmal zum Beispiel das Plugin Feiertage importieren und hier ist es analog genau gleich aufgebaut. In einem weiteren Kapitel der Vertex Academy werden Sie noch genau erfahren, wie man diese Plugins in ihrer Installation in Betrieb nimmt. Eine weitere Sache möchte ich Ihnen noch zeigen. Weiter unterhalb hier von der Ebene Customizing finden Sie zum Beispiel auch Sammlungen. Zum einen von OCL-Expressions und zum anderen auch von Scripting. Auch hier möchte ich einmal kurz darauf eingehen. Gehen wir hier auf die OCL-Expressions, dann sehen Sie hier zum Beispiel jede einzelne Klasse als OCL. Hier sehen Sie dann zum Beispiel, wie jedes einzelne Feld dieser Klasse in OCL heißt. Und wenn wir nochmal zurückgehen, dann finden Sie hier unter dem Link OCL-Expressions auch tatsächlich jede Menge von gesammelten Expressions, die Sie so in Ihre Vertex-Installation übernehmen können. Auch hier sind ganze Code-Strings enthalten, zum Beispiel wenn Sie Vornamen von Personen in Listen darstellen möchten. Und hier unter der Skripte-Sammlung finden Sie jede Menge Skripte, die Sie in Ihrer Installation auch in Betrieb nehmen können. Hier können wir uns jetzt mal ein beliebiges Skript raussuchen. Welches passt denn hier mal ganz gut? Wir nehmen hier mal das Skript Listeneinstellungen kopieren. Wenn ich hier raufgehe, dann bekomme ich kurz erklärt, was das Skript tut. In dem Fall kopiert es die Listeneinstellung eines anderen Ordners in den aktuellen Ordner. Es ist wichtig, dass sorgfältig darauf geachtet wird, was übertragen wird. So, klar, wenn es nicht passt, kann es Schwierigkeiten geben. Deshalb sollten wir das Skript nicht registrieren, sondern über den Skript-Editor verwenden. So, dann wird das hier weiter beschrieben, was man machen kann. Man kann dann auch diese Listen als Standard speichern und es muss auf dem Ordner aufgeführt werden, der die Listeneinstellung erhalten soll. Dementsprechend brauchen wir auch von dem Quell-Ordner, von dem die Listeneinstellungen übernommen werden sollen, die ID, die wir natürlich hier über Eigenschaften erhalten können. Wir probieren das mal direkt aus. Hier ist der Skript-Text. Den kann ich direkt hier rauskopieren. Dann gehen wir in unsere Vertec-Instanz. Dann gehen wir hier vielleicht mal ins Projektcontrolling und schauen uns mal den Ordner Alle aktiven Projekte an und sagen, diese Listeneinstellung hätten wir vielleicht auch hier unten in den weiteren Projektordnern, wie zum Beispiel hier für Bereich 1. Darum suche ich mir jetzt hier aus dem Quell-Ordner mal die ID raus und sage Eigenschaften. Die interne ID ist diese hier. Die merke ich mir. Schließe das wieder. Und jetzt gehe ich vielleicht hier auf diesen Zielordner, gehe in dem Fall auf die Einstellung und sage Script Editor. Hier kopiere ich dann den Skript-Text hinein und sage Ausführen. Jetzt trage ich hier die gemerkte ID rein, sage OK, schließe das wieder und siehe da, die Listeneinstellungen dieses Ordners sehen genau identisch aus wie in diesem Ordner. Für weitere Tipps und Tricks abonnieren Sie unser Newsletter oder schauen Sie auch auf unsere Knowledge Base.